So zehn Katastrophen hätt ich noch im Angebot. Feuche könnt ihr mal machen. Oder Heuschrecken, nicht wahr? Oder gut, die Pest, aber ist alles unbeschönt. Komm, jetzt lasst mich noch mal ans Mikrofon, das krieg ich mich. Nein, Günther, du sagst jetzt überhaupt gar nichts mehr. Wieso, ich bin doch Gott. Das war doch jetzt nur optisch. Als du Gott warst, das ist ja, da hattet ihr ja noch die Scheibe. Und als Bevölkerung so Mikroben ohne Sinn und Verstand. Nicht so ne klipperige Masse ohne Hirn. Und heute haben wir den Menschen. Das ist doch was völlig an... Obwohl... Na doch, das ist schon was anderes, Günther. Aber Renate, welche Plache machen wir denn jetzt? Komm, jetzt lasst mich noch mal da und das Ding noch... Noch ein Wort und du kommst ins Heim. So. Günther, es war ja nicht so gemeint. Günther, wir lassen alles so. Und du behältst auch deinen polnischen Pflegeengel, gell, Günther? Tschüss. Bis zum nächsten Mal.